Hallo und herzlich willkommen zur Sendung 29. Morgen, Sendung 30, gibt es wieder eine Verlosung. Also morgen auf jeden Fall nicht verpassen. Heute habe ich zu Gast diesen Mann hier. Naja, vielleicht nicht ganz persönlich, aber das hat später mit Dingen, die Paul gut findet, zu tun. Also bleib mal gespannt da. Und jetzt geht es weiter mit unserer Fairway Holz Serie. Und heute ein Tipp, den ich persönlich super wichtig finde für optimale Längen mit Fairway Holz. Hey, bevor wir den Tipp starten, macht es viel mehr Spaß für alle, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden, hier unten irgendwo. Und natürlich sharen und liken so viel, wie Sie können. Danke. Ja, wie man sieht, ich habe fast alle Gänseblümchen verarbeitet. Die sind ja fast alle weg. Es kommen ja auch ein paar nach. Insofern, ich habe noch zu tun mit der Übung aus der vorletzten Videogeschichte. Heute geht es aber darum, wie man optimal den Impact gestaltet, um maximale Länge mit dem Fairway Holz zu bekommen. Und man denkt immer, weil man das so viel hört beim Schlag und so beim Abschlag, dass es um die Geschwindigkeit im Performance sich handelt. Und ja, tut auch logischerweise. Je höher die Geschwindigkeit, desto weiter fliegt der Ball in der Regel. Aber es gibt ja einen weiteren Faktor, der vielleicht genauso wichtig ist. Und in meiner Erfahrung eigentlich der Hauptgrund, warum Sie persönlich nicht die maximale Länge aus Ihren Fairway Schlägern bekommen. Und der Grund ist, weil der Launch Angle des Balls zu flach ist. Also Sie kriegen ihn nicht in der Luft. Und deswegen, weil natürlich der Golfball liegt auf dem Boden. Und wir müssen dafür sorgen, zuerst einmal, dass wir überhaupt vernünftig treffen. Und häufig sehe ich Leute, die eher so im Impact sind, haben den Schläger 10 Grad nach vorne geneigt. Und wenn ich mein 18 Grad Hybrid 10 Grad nach vorne bringe, um den Ball ordentlich von dem Boden wegzubekommen und den Ball Boden zu schlagen, dann hat er nur 8 Grad Loft im Treffmoment und fliegt entsprechend sehr flach und trifft den Boden einfach zu früh und fliegt nicht weit genug. So viel Rollweg können Sie nie wieder gut machen, wenn Sie auf so viel Flug verzichten. So, was muss man machen? Man muss schon natürlich dafür sorgen, dass man nicht nur hohe Geschwindigkeit hat, sondern auch sehr viel Neigung. So, wie kriege ich das hin? Natürlich zu verstehen, dass diese Position nicht gewünscht ist, sondern diese. Und es hat zu tun mit, wie man unter den Füßen den Boden nutzt. Und ich werde das jetzt vormachen. Starten nach unten, so halb nach unten, mit dem Gewicht voll auf dem linken Fuß. Und statt hier weiter zu gehen, so dass die Knie nach vorne gehen, jetzt drücke ich von meinem linken Fuß zurück. Ja, also mein Fuß drückt mich in diese Richtung und über den Schläger freizugeben. Sie müssen das ein bisschen üben, weil natürlich spielen wir wieder mit dem tiefsten Punkt des Schwungs. Und das ist eine Sache, die man eigentlich jetzt ganz gut üben kann in der Corona-Pause. Also laden, abdrücken nach hinten und Schläger freigeben, so dass man im Moment des Treffens viel Loft hat und viel Geschwindigkeit. Und glücklicherweise, die beiden arbeiten zusammen. Je besser man das macht, desto schneller schwingt man mit mehr Loft. Also übe mal und jetzt gibt es wieder eine Ausgabe von Dingen, die Paul gut findet. Ja, wirklich. Wir machen Zählketten. Zehn Jahre lang habe ich einen Pro-Shop betrieben, Gott sei Dank nicht mehr. Und ich habe am Anfang gesagt, Zählketten kommen bei mir nie ins Haus. Tatsächlich aber verdient man sehr viel Geld damit. Und deswegen haben wir sie später doch verkauft. Aber ich wollte den Sinn von Zählketten untersuchen. Und eine erste Google-Suche ergibt es hier, dass man tatsächlich nicht nur Zählketten finden kann online, jede Menge, sind auch sehr günstig. Und deswegen umso überraschender, dass es auch diesen Sucheintrag auch noch gibt. Ja, also wer 390 sich nicht leisten kann, aber tatsächlich, die Leute basteln sowas hier. Toll, ja, also gut, es ist in Zeiten der Corona-Krise, wir haben ja alle Langeweile und möglicherweise kann man es überlegen. Aber warum gibt es denn überhaupt Zielketten? Ich habe es persönlich nie verstanden in Golf. Aber bei anderen Hobbys, die man hat, zum Beispiel, als ich neu nach Deutschland kam, habe ich wieder ganz intensiv Tennis gespielt und ich wusste nie, was der Spielstand war. Und mein Spielpartner, der Peter, das hätte ihn immer genervt und ich glaube, er hat mich auch verarscht ein paar Mal, nicht nur ein paar Mal, mit dem Spielergebnis, weil ich aber nie wusste, welches war. Insofern, ich verstehe das schon, dass man einfach vergisst, weil das Spiel ist neu, weil man hat so viel, worauf man konzentrieren muss, dass man eine Zählkettenhilfe braucht. Vielleicht. Aber in dieser Videogeschichte hier geht es darum, dass man natürlich weniger Schläger braucht, irgendwann, und nicht eine Zählkette braucht. Weil wenn man nur zwei, drei oder vier Mal einen Ball geschlagen hat, das wird man ja wohl nicht vergessen. Und je routinierter man spielt, deswegen natürlich denkt man nicht über nach, was man genau macht, sondern man weiß ja ganz genau, wie viele Schläge man hat. Und deswegen vielleicht habe ich jahrelang Zählketten verpönt und die Leute ausgelacht, die es benutzt haben. Aber im Nachhinein vielleicht braucht man das. Ja, also tatsächlich, Zählketten, wo kommen die überhaupt her? Ja, genau, ja, für Grundschulkinder. Gut, wunderbar. Also vielleicht sollte man sich abgewöhnen, das zu machen. Aber Leute, was ich entdeckt habe, ist, dass es zehn Kügelchen gibt auf einer Zählkette. Und das macht keinen Sinn. Weil, wenn sie noch nicht gut genug sind, um selber zählen zu können, das verstehe ich ja auch, ja, und sie brauchen so eine Zählkette. Warum zehn? Weil sie müssen ja auch Stablefit spielen. Das ist hier Dr. Frank Stablefit, der das alles erfunden hat. kommt aus lankischer England, wo auch Top-Leute aus der Golfszene herkommen. Und man kann ja eigentlich nur neun Schläger haben. Weil, selbst auf ein paar fünf, wenn ich neun spiele, abzüglich mein drei, die ich vorbekomme, ähm, naja, also theoretisch, äh, na gut, wie auch immer. Aber, das ist ein Niveau, womit wir uns nicht beschäftigen sollen, weil uns geht's darum, dass man natürlich beim Golfspielen wenige Schläger braucht und nicht mehr. Insofern findet Paul Zählketten gut. Nein, nicht wirklich.